Und ein herzliches Willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider mit mir von Neuer Gamebass als Hobby. Und wir spielen dieses Spiel auf tödliche Obsessionen und haben 40% schon geschafft. Nach 11 Stunden Spielzeit oder sowas. So, wir waren ja eigentlich beschäftigt mit alles mögliche am Einsammeln. Jetzt haben wir aber eigentlich hier zumindest auf der Seite relativ alles eingesammelt und haben hier noch ein paar Missionen. Beziehungsweise wir müssen noch an so einem komischen Ding hier rumbaumeln. Ne, da ein Quipus heruntergeholt. Keine Ahnung mehr, wo ich jetzt das dritte noch finde. Muss ich mal die Augen aufhalten, das kann nur irgendwo aus der Höhe logischerweise passieren. Schauen wir mal, wo wir das finden. Gequatscht haben wir glaube ich schon mit jedem. Wir waren auch, ich denke mal mittlerweile überall. Jetzt brauchen wir echt nur noch so ein Ding da, allerdings noch mit so einem Haken dran. Ist nur die Frage, wo ich jetzt so ein Ding noch finde. Wo so ein Haken noch dran ist. Auf jeden Fall irgendwo, wo man runteröpfen kann, wo das Ding aber irgendwie noch recht weit oben hängt. Entschuldigung, aus Milch. Das Ding würde ich jetzt gerne noch irgendwie suchen. Na ja, hier kann man echt viel machen, das ist Wahnsinn. Wir haben jetzt nur das halbe Dorf, sage ich jetzt mal, uns angeschaut. Von hier oben aus sehe ich jetzt aber auch keins. Zumindest hier auf der Seite nicht. Okay. Muss ich wohl hier weiter hinter. So, zumindest bei der Playstation gibt es einen Erfolg irgendwann, wenn man genug Lama streichelt. Hier machen wir es auch mal. Gucken wir, ob ihr auf der PC-Version auch dann irgendwann Erfolg kommt oder sowas. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für dieses heftige nach hin und her schauen. Ich will ja auch mal langsam mal weiterkommen. So, schauen, gehen wir noch mal hier hoch und schauen hier noch mal nach. Achso, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Da sind wir ja eigentlich schon fast durch. Hier mit durchgucken, wo die Dinger sein könnten. Vielleicht finde ich ja per Zufall sogar noch irgendwas anderes. Was ich noch nicht habe. Oh, diese Melodie, die habe ich so dauerhaft im Kopf momentan. Dieses Rumgeklopfer auf dem Holzstück. So dü 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 dü. Wo könnte es denn nur noch etwas davon geben? Bitte was? Ich finde einfach keins mehr. Also so weit wie ich weiß, alles was mir hier anfängt, auf dieser Hälfte, sage ich jetzt mal jetzt auf dieser Seite des Flusses, ist auch auf dieser Seite des Flusses an Aufträgen. Alles was hier anfängt, wird denke ich mal hier sein. Ich weiß nicht, ob es hier auch irgendwie Nebenaufgaben gibt. Oder ist es doch da drüben auf der anderen Seite? Nun gibt es nichts zum Runterspringen, wo man sich so einhaken kann. Ich glaube, wir werden uns einfach mal den einen Auftrag da machen. Und während wir diese Aufträge machen, können wir ja immer noch rumgucken, ob wir das irgendwo finden. Wir wollen ja auch ein bisschen weiterkommen und nicht nur blöd rumsuchen. Das wird feuchert, denke ich mal, auch ein bisschen zu langweilig sonst. Haben wir denn jetzt noch etwas zu verkaufen? Es wurde mir gegeben, von Onuratu. Nichts, aber du kriegst die Todesstrafe. Schon gut, keine Sorge. Verkauf mir etwas für einen billigeren Preis. Oh, wir haben genug Golderz, was wir mal verkaufen können. Das ist gut. So, damit können wir noch ein bisschen was anfangen. So, 6.000 noch was Geldstücke, das ist doch schon mal gut. So, sie hat ja nichts mehr für mich. Okay, wir gehen jetzt mal hoch. Weil wir ja da mit diesem einen da quatschen müssen, mit diesem, was, irgendein so ein Toten oder sowas. Schauen wir mal, ob er wirklich tot ist. Und währenddessen gucken wir uns hier halt, wie gesagt, um. Und schauen, wo hier nochmal so ein Haken-Ding hier hängen könnte. Oh, fortgeschrieben als täglicher Monolithen, den den kann ich schon lange nicht lesen. So, hier haben wir diesen komischen Vogel. Schauen wir mal. Bist du Pisco der Tote? Nein, du bist also Pisco der Tote. Ich bin Lara. Lara? Humpel-Hatzutskaba. Lara, hm? Maa, Kimeneci. Du auch nicht. Du auch nicht. Du auch nicht. Du auch nicht. Aber du hast überlebt. Aber du hast überlebt. Ein Junge sagt, Pisco hat seine Würfel gestohlen. Was für ein Spiel? Das ist doch eigentlich ganz leicht. Kriegen wir da bestimmt hin. Die Verstoßenen mit fünf Verstoßenen reden. Hier glitzert trotzdem irgendwie was. Wenn ich nur wüsste, was das ist. Bestimmt ist hinter dem Haus noch so ein Haken. Und das höre ich in dem Haus. Hier ist leider alles zu laut. Hier höre ich kein Glitzer. Ich glaube, wir müssen mal hier hoch. Und mal schauen, was wir hier oben finden. Meine Güte, ey. War ich hier oben überhaupt schon mal? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Doch, da unten war ich auf jeden Fall schon mal. Oh nee, ich sehe hier nichts. Ich habe keine Ahnung, warum es da so ein Glitzergeräusch macht in dem Haus. So. Hallo. Pisco schickt mich. Sagtest du, du wurdest wegen einer Lüge verstoßen? Was ist passiert? Welche Fremden? Welche Fremden? Und was machst du jetzt? Und was machst du jetzt? Hast du jetzt eine? Eine gute Sache. Eine gute Sache. Sieht aus, als würdest du für viele Leute wirklich etwas bewegen. Danke für deine Geschichte. Hat mich sehr gefreut. Welchen Titänischik? Okay, haben wir schon mal einen gehabt. Entschuldigung. Entschuldigung. Okay. Oh, immer noch hinter uns. Haben wir ganz vergessen. Und hier. War hier auch was? Ah, eine Spinne. Neues Basislager. Oh. Direkt mal öffnen. So. Mit der hier sollen wir mal reden. Hallo. Gehörst du zu den Verstoßenen? Ich bin Laura. Pisco schickt mich. Nein, ein Junge namens Taki hat seine Würfel verloren. Ich will sie zurückgewinnen. Pisco gibt sie mir aber erst, wenn ich mit allen Verstoßenen geredet habe. Tut er. Was ist passiert? Nein. Was hast du getan? Was hast du gestohlen? Warum? Warum? Das tut mir so leid. Danke für deine Geschichte. tschaska kajara hatte glück dich zu haben okay interessante geschichten auf jeden fall hier haben wir noch was gefunden kathakel sieht geheimnisse entdeckt was denn gerade wieso das denn so hier haben wir noch etwas ein bericht über unratus krönung ratu ging durch die menge zum thron stellte sich jedoch daneben ohne sich zu setzen warum glauben wir diese lüge noch immer fragte sie die menge kukulkan beherrscht diese stadt und ich werde nicht länger lächeln und so tun als wäre es anders ich werde keine marionette sein die auf seinen befehl hin winkt und lächelt die wachen schnitten ihr das wort ab und führten sie fort dann rückten sie mit gezogenen waffen vor um die menge aufzulösen okay kann sie ja noch froh sein wer es noch lebt so haben wir noch irgendwas grünes ne hö wie viele haben jetzt geräte zwei oder oder drei ich weiß es gerade nicht hätten noch auf jeden fall ok jetzt wieder rechts von mir hey judos hallo bist du ein verstoßener du hast von einem weißen wasserschwein geredet pisco will dass ich mit allen verstoßenen rede bist du ein jäger und ein weißes wasserschwein war schuld und hast du es gemacht und Hm, okay. So, drei von fünf haben wir jetzt. Wenn ich nur wüsste, wo dieses andere Einhard-Ding da ist. So, wir müssen jetzt noch hier hoch. Okay, da oben war ich doch schon. Aber gut, das sehen wir erst in der nächsten Folge, wie es zu Ende geht. Und was der letzte jetzt, oder vorletzte eigentlich noch. Noch für eine interessante Geschichte erzählt. Wir sind bei über 20 Minuten und das war Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession mit mir von Nure Gameplay Satz Hobby. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite mit den anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder beim nächsten Teil. Oder beim anderen Let's Play von mir. Lasst doch gerne noch einen Daumen oben da. Falls ihr neu bei mir seid, dann herzlich willkommen. Und dann dürft ihr mich logischerweise abonnieren. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, später wieder. Also morgen. Oder bei einem anderen Let's Play später. Wie auch immer. Viel Spaß noch und auf Wiedersehen. Tschüss.